oh was ist das denn die wikano offensichtlich der vulture kommt wieder ist das der 130er sicherlich ansonsten suchen wir uns einen anderen spot wo man besser bauen kann vielleicht vielleicht hier sind sogar zwei jetzt von den geiern ja ich baue ich baue man kannst einen anderen spot hier irgendwann im grünen ich habe auch gedacht das wird da irgendwo dann das wird wenn wir schon finden schade um die 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 axt habe ich habe jetzt gar keine lust die 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 den 130er macht das schon dabei hast du schon recht viel fortschritt weiß nicht was ich ihm gegeben habe aber irgendwas habe ich nie geben kann man vielleicht geben dann ist alles in ordnung da freut er sich und dann wird er dann der bester kumpel hat irgendwas anderes gefressen weil ich hatte zwei gammelfleisch und jetzt habe ich immer noch zwei gammelfleisch aber ich habe ihn schon gefüttert hat sich die meine leichten stücke gegeben hat der dort ja bestimmt auseinandergerissen hier ja doch doch geht nichts getroppt wieso kann ich nicht trocken jetzt geht's ok ich war mal 99 baseboard einfach nur mal so eine andere stelle kurz bist du wieder hungrig machen wir schneller bist du denn bin hier hinten ich finde auch das ist immer die beste spielzeit am anfang hallo hallo zusammen auch mal wieder dabei 23 23 23 hallo dextro 23 denn da ja komm mal runter hast du gezählt nee fliegt halt jetzt da oben rum andungen bitte danke ist immer noch nicht hungrig was hab ich denn gegeben dass du die ganze zeit satt bist sag ich ja was bestimmt körperteile von mir gegeben kein wunder dass ich schnauze voll jetzt hat also ich hoffe dass jetzt alles möglich so eingestellt ist wie wir es kennen müsste halt nur neu starten ich habe auch flieger das flieger dass man werben konnte war auch aus müsste ich jetzt eigentlich auch eingeschaltet haben wir starten neu gleich wenn der dodo fertig ist weil der ist gerade am zähmen einmal muss er noch hier ist der mutter 145 haben wir gezähmt warte warte ich will erst 94 wo bist du hier links du bist ja noch gar nicht bei uns in der in der in der dings ne da kommt doch mal vorbei kann ich aber teile du musst bedenken wenn du jemanden anderen bin gleich wieder tot im leben wenn du beim dodo bist bist du doch bist du bei mir oder dann gehe ich wieder zum dodo oh gott ja hier ist die stelle sterben was sind schon wieder da sind auch schon wieder vier hat doch kommt der loot kann nicht mal hier ist ich bin bei dodo warte ich gehe wieder zurück aber ich bin schon lang hast du hast du leder aufgehoben ja das hilft auch nicht tiger auch nicht oder an allem anderen was hier rum rennt du schiffst daran weil kein wasser hast ja vorne neben einem rex nein es hat sich geschafft die kiste zu kraften wir gestorben sein oh mein gott wieso muss ich jetzt neben dem rex sparen bitte damit er auch mal was zu essen bekommt der arme rexus rexus hallo ja ein 5er Rudel raptoren das ist voll gisela hat mich gefressen was soll denn das hast du jetzt eigentlich hast du jetzt heim gehabt oder ja oh hier ist jemand bleib mal stehen du das bist doch die das ist doch die teige hallo ich bin auch gestorben du auch ja aus dem himmel oder so oder hölle na endlich hier rennt ein rex oben oh der mozzarella ist hier fast tot oh nein endgegner da hinten siehst du ja ich will es nicht sehen ich bin auch gleich schon wieder tot ich bin gerade erst gespawnt und habe mir schon Durst und wieder tot wegen der Hitze wegen der Hitze Dex ja ich weiß er hat wohl rote Flamme habe ich nicht mehr aber ich auch nicht mehr jetzt gerade aber ich muss trotzdem trinken oh hi hier gleich oh Gott ich kann schon nicht mehr schnell laufen 18 Uhr ich muss mal die Haribos hier rüber holen aber hier ist irgendwie kein überspawn von Käfern wie ist der noch auf dem Singleplayer von mir dafür ist hier ein überspawn von Raptoren also Raptoren habe ich aber auch wenig gesehen Raptoren ich sehe nur Raptoren du bist ja woanders du bist ja nicht bei uns du bist ja im Raptor Gebiet selbst da habe ich auch da Raptoren gesehen ich habe nur noch eine kleine Flamme und dann ist der Raptor jetzt kommst du uns na toll was war das denn ja komm, frisst mich doch ja geh doch weg du blödes Film ja komm, rechne mir noch die Knochen wo bist du Akuma? in welchem Gebiet? angeblich easy da geht doch ein anderes easy Gebiet habe ich auch schon versucht das ist nicht so easy ich bin bei allen vier easy Spawns inzwischen gewesen komm nicht weiter lass uns mal zusammen bei easy Spawn das klingt auch nichts weil bis du unten am Wasser bist bist du entweder schon verdurstet oder dich haben Raptoren getötet Mann, blöder Pico Mastix Mann, Kado, von der einen Seite ist alles und der nächste Raptor also wenn ihr bereit seid wegen Neustart, sagt Bescheid achso ach ja, da war ja was hier spielen mit dem da Gott und tot am Raptor nochmal, ich glaube, 20 ich bin wieder tot nein es ist egal, wo du hinläufst du kommst einfach nicht mehr zu deinem Spot hin das ist ein Kano schön ich stürm soll man einen anderen Spot erstmal nehmen, Leute? Moment ich sterbe noch das ist ja alles aber Gisela ich sterbe du kannst ja also ich würde jetzt easy nehmen nebenan, oder? das wäre doch easy das wäre süd leicht South 3 ja, oder? ja lass mal ich versuch einfach mal da jetzt ist es kein Raptor jetzt ist es ein Terrorbird aber wir müssen mal ganz kurz neu starten seid ihr bereit für den Neustart? ja, ist ja eh noch eine Minute Minute für was? jetzt bin ich raus der ähm ich bin auch gerade direkt neben dem Raptor gespawnt sag Bescheid, ja? ich bin bereit ja, ich habe angehauen angehauen achso, hast du gemacht? nein, das kommen sollte jetzt kommt es, 60 Sekunden ich hoffe dass es dann klappt ansonsten müsste man halt in ruhe immer alles abgleichen atrobleurer easy gebiet voll voll easy megatherium ich hoffe nicht auf crack nein weil ich vorher am wolf sterbe durch wenn du einmal fuß gefasst hast und dann kein ohr langweilig ja langweilig hier das ganze sterben macht euch alle keine sorgen leute wir werden gleich die züge bauen wir haben nicht mal die strohhütte nach einer stunde blöden entgegner zehn sekunden noch leute ich bin schon runter ich mal ein gisela nicht runter flieh ich mal aufs wörtchen das machen wir erst erst machen wir die lokomotive und dann machen wir das tech turret links bums hier wie heißt er denn der gleiche teig wie bei windbeutel bloß in lang und mit ein bisschen schokolade oben drauf und gefüllt mit pudding oder sahne jetzt bin wir richtig was die leute ja nicht wissen wir haben ja wir tun ja nur so als wenn wir nicht alles schon schlecht sind damit die hater kommentare ihrer hater kommentare schreiben und weg und halt algorithmus pushen und so algorithmus ja aber wir werden wir cheaten ja nicht mehr weil es gibt ja jetzt keine djaboas mehr level 1 doch gut wasser gefunden mein gott ich finde ich finde erklär aber nur lecker wenn sie im ausschnitt liegen ansonsten nicht weil ich hätte klar weil muss ein stück schokolade wenn man jetzt bei eclair auf die kulti ein stück schokolade in ausschnitt gefallen ist ach so das habe ich nicht mitgekriegt ich auch nicht sonst hätte ich schon vorher geholfen da werde ich bauen vielleicht auch nicht bei mal an kapo im wasser ist ein bisschen wieder beim spot sind wirklich wieder beim spot wo wir gerade eben gewesen sind ich habe jetzt auch gerade keine lust mehr ich mache jetzt hier was erst mal auf ich bin ich bin in der nähe von dem spot den paus da vorgeschlagen hat aber eine ecke vor ich bin auf einem schwer spot gespawnt und lebe länger als auf leicht und mittel haben wir aber eben auch nicht geschafft startet das spiel doch ich brauche ein stein wir haben kein stein hier nicht deine kümchen sind teraport ich bin ganz weit oben und wer beinahe ganz weit runter gefallen ich kann fliegen und aufklatschen ja also gisela ist fast 4000 meter von mir weg hat uns geholfen man farm jetzt wieder gut das ist das für die blumen wie schön wie schön dieses lied ist ich gucke ja tom und jerry auch auf italienisch also da ist ja eigentlich nicht viel italienisch drin es gibt da ja nicht es gibt da ja nichts was da wirklich großartig gesungen wird oder sowas finde dieses lied so schön ja da wird gar nichts gesungen am anfang das ist ja nur die musik eigentlich das dass da jemand gesagt dass der das quasi dass der wiese jürgen jürgen ich kriege mir anfang wieso ist hier denn schon wieder ein rex und raptor ich habe agent haben hier getauscht ja ex wo bist du hier links war die ruine da schon immer doch die war da schon immer hier bin ich also ich kann ich ja ich kann ja hier bin ich hier bin ich doch hier ein lass mich in ruhe doch hier kann ich nicht finden kann ich nicht finden kann ich nicht finden nach da okay ich brauche jetzt erstmal einfach nur so einen startpunkt hier und ich auf aufhören aufhören nein ich will nichts mehr aber nicht beim alten spot oder nein nein es ist eine nähe es sind 300 meter von der in der nähe aber hier ist es ist easy eben und hier habe ich echt gerade nur ein terrobertsen gehabt im sturm kommt ich höre hier der bohrs trillern ich will dich haben und ich überlebe eh nicht lange das heißt mal nicht so negatorisch negatorisch oh ja oh gott jetzt greifen sie mich an hier muss irgendwo baby sein die sind so klein die sieht man nicht auf mich zu beißen jetzt abhauen wir feigling meine nase ich muss gleich udo jürgens das war es genau nicht das war es der war es das war das war das super ich finde das nicht so schön das wirst du auch ich habe das so gerne gehört finde das als kind immer so so schön vielen dank für die blumen vielen dank wie lieb von dir voll gut manchmal macht das leben sonst was spielt das leben mit der katze und maus ja jetzt weiß ich aber wirklich nicht weiter also ich weiß auch dass eine torte torte ins gesicht bekam und so wb danke wb danke wb dodo ne ja danke achso ich wollte nur wb sagen welcome back ne ja danke danke schön dass du da bist nicht nett danke du warst weg ja deswegen läuft das so gut hier gerade ne ja also ich finde guck mal ich habe hier voll die base ich habe gleich die zweite etage fabricated äh äh grillpistol gerät alles ich glaube ich komme halt bei dir vorbei Dex was ist denn eine fabricated grillpistol das ist eine pistole die grillt direkt Fleisch mit wenn sie geschossen hat na toll ich muss das bringen so schnell wie möglich zu bauen bevor nämlich der dodo kommt Gisela komm her äh wo konnte man denn die Aggressionen ändern die Aggressionen ändern die Einstellung hier von den Tieren also eh festhalten auf das Tier ja denn äh der Kopf glaube ich müsste das sein Behaviour ne und gerne ja Behaviour wie sehe ich das nicht so ich bin gleich bei Dex Behaviour ist auch gut Behaviour wie steht das da Enable Wandering steht da nicht Behaviour was steht da ach keine Ahnung irgendwas Sachen stehen da hab ich das eigentlich auch nicht gecrafted guck mal Leute wie für die Leute die eben dann nicht äh beim Morgens äh Stream dabei waren die das nicht gesehen haben äh guckt euch mal die Bauteile an Sekunde ich mach das mal so hier werde ich ne äh Fenster setzen da hinten ist er hier ist ein Wasser der Scheiß hat mich gefunden au hol mal Gisela aus dem Wasser die ist da im Fluss mega das Gisela da wo sie ist jetzt guckt euch mal dieses Teil hier an Kosmetik von der Bob von Bob Dings guck mal hier wie toll Achtung ich zeig mal Bob Achtung wer oder was ist Blub Bob meins ah kein Jabor mir fehlt nix besseres ein gerade ta 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 aus Holz gebaut ist das nicht schön ist das mal so Wish Holz das sieht super aus aber man muss echt aufpassen dass man wie du das eben noch gesagt hast dass man aufpasst dass man nicht die falschen Bauteile da drin lässt unter dem Skin wenn du weißt noch was ich meine so Gisela da bin ich wieder so du steht total auf Gisela Gisela oh Gisela da oben bist du also auf Gaia stehe ich ja nicht so muss ich sagen da ist der Gaia oder oder nicht ob wir wieder dabei sind da bin ich raus Mensch Akuma immer die alte Laia ich bin ja auch alt Laia du bist auch eine Laia oder was das ist so süß was süß weil es alt ist du meinst sie ist alt ja und ist älter als ich muss das mal von nahen nochmal zeigen das Holz sieht echt klasse aus das muss ich echt sagen also dieser der Skin ist ja kein Holz das ist ja einfach nur ein Skin aber das sieht gut aus und das finde ich auch so easy wenn man das einfach so drüber legen kann ganz ganz gut gemacht wenn man nicht weiß wovon du gehst klingt das irgendwie komisch das was man drüber legen kann meinst du ich fand es schon komisch weil ich ihm nicht zugehört habe achso jeden Moment bin ich bei dir hallo nein ey ich habe mich so sicher gefühlt was oh Gott oh Gott ach ja Lehm gibt es ja hier ja ja guten Morgen äh erst mal ich bin auf der anderen Seite noch eine kommt jetzt hier um mein Leben zu versüßen ja oh Gott Endgegner ich muss weg guck da kommen sie schon wieder ich bring mal was mit ja deine Freunde ich habe nur Gisela mitgebracht so ich kann mir ein Bett bauen ich habe eine ganze Base man man muss alleine machen alleine geht immer besser guck mal hier wie geil ja das bring ich auch gerade Herr Ruppe äh rettet mein Jabbur komm bloß nicht in meine Nähe 145 der ist verloren komm nicht in meine Nähe bloß nicht bleib da wo ich bin ich habe ja so endlich eine geschlossene Bude bleib da wo ich bin okay das meine ich natürlich nicht bleib da wo du bist doch hast du doch gemeint ja nee 600 Meter wieder weg hat jemand Fleisch ja bring mal vorbei und schmeiß mal in 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 box so jetzt na hinter ins Feuer wollte ich sagen aber egal Feuer ist draußen ist auch schon gebratenes Fleisch gib mir mal was ab hm 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 wenn du schon bei mir einziehen möchtest dann gib mal hier was so sieht gut aus die Base ne ja ist so als Fake aber wir haben hier nicht außer die schulter weg ich habe ich habe einen pfeil im bogen aufstehen ich will auf englisch 135 jabor weiß jemand weiß jemand wo man heißen hier dem spiel her bekommt ja aber wo ist also in der wüste auf bergen gibt's hier was böses oh ja der roboten zwei stück der roboten und ein fliegen jetzt keine zeit fangen wir tauschen ich nehme die fliegen und du nimmst das auf crack megaterium warte ich komme her fliegen ich sehe gerade nichts ich brauche ich brauche euer zeugs habt ihr gedacht kann dieses wetter bitte aufhören ich lebe das lebt bei mir so sehr gerade leck das ehrlich ich finde das läuft voll gut also scotch es läuft tausendmal besser als jetzt ja beides aber das ist wahrscheinlich nur weil wir noch nichts gebaut ist groß ja aber scotch es hat aber auch schon so damals weniger weniger items und sowas gehabt hallo hier baue ich meine bleibt doch bei mir ich war ja keine base ich brauche nur so ein startpunkt ich war auch das ist so groß der sieht eh keinen abgehoben da ist sie hallo 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 da will ein wolf zu hier ist im wasser das ist sehr schön oh gott hier ist auch ein dings auf crack ich sehe jetzt schon zwei leuchten ich glaube dafür bräuchte eisen ne zement hallo wo sich wo ich herkomme ist ein megaterium auf crack kann es sein dass es das gleiche ist kreis hier noch schon wasser wir mal gucken ob das wasser hier schon rauskommt nicht schade ist mein jefoa noch am leben das weiß ich nicht wie ist ja er ist tot ich habe gesehen wie er gestorben ich bin doch nicht in 145 terror wird rein doch ein ganz mal kaputt machen jetzt sind wir aber eben was ich irgendwie groß ich finde sind wir alle getrennt hier kommen wir haben ganz viele pfeile die du kraften kannst so viel ich krafte mir jetzt 83 pfeile zwei pfeile hast du mörser und pestle schon gekraftet oder erlernt ja erlernt ja hier fehlt leder und stein okay hier müsste glaube ich ich müsste in der leder habe ich keines mhm müssen wir was töten ja wir machen hast du ein paar pfeile gecraftet äh 2 ja 32 jetzt ich brauche wasser komm mal hier 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 komm oh gott isola bleibt da hinten ich brauche wasser unbedingt ist doch kaktus ja die baden sind super die killen da hinten kaktus ich habe kein kaktus habe ich hier hilft zumindest rübergehend das ist gut merci das war eine gute idee wir müssen alles hier killen was hier im wasser ist dodo bin dabei ein 95er pass nur auf dass du den den griesen hier neben dir nicht anschießt oh ich habe hier bock auf hans showdown ich weg für spaß krass guck mal dodo hinter dir guck mal hier auf dem boden den kopf den toten kopf oh ach geil das neu stein oh ein baby oh drei stück ich wollte euch runterschubsen da gibt es ja irgendwo stein zum abbauen irgendwie finde ich hier keinen äh unten im wasser ja super da ist doch was ein einer weniger auf den das bitte kommt der rüber ja da kommt einer ach Mist ich wollte den grad farmen Mist ich bin sogar der vornschlüssiger du musst ihn platt machen du musst ihn platt machen du musst ihn platt machen mach 7 feine 27 perfekt der ist gleich tot oh nein oh Gott yes ok wo ist der andere ok ich geh mal runter den einen farm kannst du mal kannst du rein zufällig eine fackel craften fackel ähm ich wollte das gerade machen ok hier liegen knochen im wasser mach mal ein paar ja super boah ich krieg richtig viel super mein Leben hat diesen dieser stein hier gehabt ey über 300 leder ja super da können wir ein paar betten bauen und sowas ist das super wie komm ich hier nochmal hoch ich muss hier vorne boah ist das dunkel Leute ist hier grad gar nichts ist es bei euch auch so dunkel ja ich muss sagen ich sehe ziemlich gut es ist alles eher blau als schwarz oh shit da ist glaube ich noch ein terror bird guck ich die fackel schon hab schon äh feuerstein hat da jemand eine treppe gemacht ach akkoma ist hier akkoma und du baust gegenüber auch von uns wie lustig ist das denn ach du wusstest das also nachdem ich dodo gesehen hatte ja oh kannst du mir eine fackel geben ok nicht mehr im wasser aber eher schlecht ja nicht mehr wo kommt man denn hier hoch ich weiß nicht mehr wo der punkt weiter weiter da vorne ja genau boah ist das dunkel ich sehe nixe zur not kannst du hier zu mir hoch ich glaube ich hab grad einen wolf gehört bei akkoma auf der seite ja da ist ein wolf im wasser scheiße weg hier raus hier raus 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 komm hier nicht hoch geh mal weg du vier warte da steht noch einer der wolf kommt oh nein oh Gott weiter 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 hier ich bin weg hier ich bin weg hier komm schon scheiße aus aus hüpf raus Mann flieht flieht ihr narren ich hab keine Ausdauer mehr kannst du mir die Fackel geben warte damit ich was im stream auch zeigen kann was hier passiert hier am zuschauer was ist hier so schwarz hab eine dankeschön Dodo du auch nö ich hab gamma voll der cheater boah cheater ey ich hab gamma 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 keiner hat so schöne goldene leuchtenden Haare wie ich ja wir brauchen unbedingt steine keiner hat so schöne leuchtende Waden wie ich ach ich konnte mir die doch leuchtende Waden verstörend wissen dass ich die ja nicht in die Wirkel hängen kann ah das erste Haus steht oh ich mach grad ein Foto dann kommt der Paracel mit seinem Gesicht voll in die Kamera das sind drei Babys das sind drei Babys wieso hab ich grad 17 FPS was ist denn im Spiel kaputt irgendwas ist grad passiert Feuer boah ja genau das ist ja das ist ja